So in 4K das Ganze wegzuschicken, das hat nicht geklappt. Jetzt versuche ich es aus dem Grund nochmals, aber keine Musik drauf. Und also auch nicht viel jetzt farblich korrigiert, einfach das so gelassen, auch das Mikrofon so gelassen, dass man mal sieht, dass es ein bisschen Geräusche gibt vom Wind. Aber es ist trotzdem, denke ich, ganz gut. Ja, das ist nochmal der Wechselsee im Winter, aufgenommen mit dem Osmo Pocket. Können viele sagen, das Ding hätte viele Nachteile, aber ich denke, nee, das ist so klein, das Gerätchen, und kann doch so viel, also was will man mehr. Und wenn man ehrlich ist, was nützt einem das riesigste Equipment, das man nie mitnimmt, und die Qualität auch nicht wesentlich besser wird. Also dann lieber etwas kleiner, ein bisschen filigraner, und man hat das Teil immer dabei. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zusehen und Tschüss!